Gelsenwasser lud auch dieses Jahr die Aktionäre zur Hauptversammlung auf Schacht Bismarck in Gelsenkirchen ein. Auch der WDR wollte wissen, was auf der Hauptversammlung Thema war. Der Vorstandsvorsitzende Henning Deters gab einen detaillierten Überblick über das abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Ergebnis wurde von den Aktionären gut aufgenommen. Henning Deters sieht das Unternehmen auch für das Geschäftsjahr 2017 gut aufgestellt. Die Erweiterung unserer Wertschöpfung ist ein ganz entscheidender Punkt und ein wichtiger Prozess im Unternehmen, immer wieder neue Themen anzustoßen. Und es wird auch notwendig sein, diesen Weg weiterzugehen, sodass wir auch in 2017 und auch in den Folgejahren weiterhin erfolgreich agieren können. Wichtig ist mir, dass wir in Gänze im gesamten Unternehmen uns aktuell weiterentwickeln. Alle Bereiche sind thematisch auf der Höhe, um die ganz sicher kommenden Herausforderungen nicht nur zu meistern, sondern wir suchen immer nach dem nächsten Schritt und der Lösung für unsere Kunden und Partner und auch über das nächste Jahr hinaus.